Hallo YouTube und herzlich willkommen auf unserem Siegkreuz-Kanal zu dieser Ausblick-Folge. Wir wollen euch die Yodo vorstellen, ein neuer T-10-Kreuzer für die Japaner. Es ist ein leichter Kreuzer, es wird ein neuer Forschungsbomb werden, der in den nächsten Monaten in World of Washington integriert wird. Und das hier ist dann die Stufe 10. Also, bis gleich! Hallo Seekräuter und Wohnzimmer-Kapitäne! Schön, dass ihr mit am Start seid bei dieser Ausblick-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut und wir können hier mehr oder weniger direkt einsteigen. Ich bin zumindest aus meinem Urlaub wieder gut zurückgekehrt, konnte mich gut erholen und freue mich jetzt, euch eben diesen T-10-Kreuzer, leichten Kreuzer hier der Japaner, vorstellen zu dürfen. Monogramm hat mir natürlich hier geschichtlich noch ein paar Infos mit auf den Weg gegeben. Viel ist es in dem Fall nicht, weil das Schiff eben rein fiktional ist. So schreibt er eben, dass die Yodo visuell wohl auf der Atago-Klasse basiert, vom Rumpf her aber komplett fiktional ist. Also zumindest sehr wahrscheinlich, er hat keine geschichtlichen Grundlagen zu diesem Schiff gefunden. Wir können auch gucken, was Wargaming dazu schreibt. Für Yodo ein leichter Kreuzer mit einer einzigartigen Zusammensetzung der Hauptbatterie. 1850 mm Mehrzweckgeschütze in sechs Türmen. Yados Entwurfs 1944, mein zumindest World of Warships. Jetzt wollen wir uns den Dampfer mal im Close-Up angucken hier. Und da geht's direkt los mit der Flugabwehr. Einzeller Fette 25 mm. Gefolgt dann eben von den drei Geschütztürmen. 150 mm, drei Rohre pro Turm. Sehr prägnant hier die Zielansprache bzw. Zielentfernungsmessung. So könnte man dann sagen, ist hier, das sieht echt krass aus, finde ich. Also rein von der Optik her. Dann kommen wir hinterher. Drehlingslafette 25 mm. Auch hier nochmal. Dazwischen nochmal ein paar Einzellafetten platziert. Atago-Brückenaufbau. Ja, auch mit diesem Knick hier drin, mit dieser leichten Biegung. Das kennen wir halt davon schon. 100 mm Flugabwehr, 40 mm Flugabwehr. Also diese Stellung sind immer 40 mm, diese Stellung sind immer 100 mm. Davon haben wir vier Stück. Hiervon sollten wir zehn Stück haben, glaube ich. Zehn oder sogar zwölf waren das. Ja, zwölf sogar. Zwölf mal zwei. Also auch da stabil aufgebaut. Doppelschornstein-Layout. Flugzeug, Schiffe, alles was dazugehört. Gefolgt dann wiederum von Flugabwehr hier einer Seite überall verteilt. Und Geschütztürm 3, 3x3, 150 mm auch nach hinten. Genauso wie vorne ist der mittlere Geschützturm situativ einzusetzen. Wobei der mittlere ist es vorne nicht. Da ist es der Charlie-Geschützturm, der situativ ist. Wir können also sechs nach vorne rausfeuern, wenn wir angewinkelt sind, neun. Und hier ist jetzt halt der mittlere Geschützturm, der nur auf eine gewisse Entfernung dann halt auch wirken kann. Oder wenn man angewinkelt ist, halt auch mit mehreren Granaten, also mit drei Granaten mehr. Dann haben wir hinten wieder jede Menge Flugabwehr dabei. Ja, und dann sind wir mehr oder weniger schon fast um den Chip rum, weil die andere Seite spiegelt sich halt. Ist in dem Sinne nichts Neues, was wir da jetzt gleich sehen werden. Kann man noch was zu den Torpedowelfern sagen. Der eine klappt quasi von vorne nach hinten und der von hinten nach vorne. Das heißt, diese Torpedos hier werden wahrscheinlich so geworfen werden können. Also maximal bis 90 Grad raus. Und die vorderen dann eben auch bis 90 Grad und dann aber eben nach vorne. So hat man dann quasi acht Torpedos. Hier Steuerbord, hier Backbord schräg nach vorne weg und die anderen dann schräg nach hinten weg. So wird Icke jetzt interpretieren. Und ja, dann sind wir einmal um dieses Schiffchen rum. Und wir können uns gleich einmal die Panzerung anschauen. Bei der Panzerung, da gibt es eigentlich, soweit ich das jetzt sehen kann, keine so großen Überraschungen. Wir haben hier die normalen 25 mm Panzerung, die wir bei Kreuzern, leichten Kreuzern, aber teilweise auch schweren Kreuzern gewohnt sind. Für Franzosen haben wir auch 25 mm. Die Sao hat 25 mm Wundpanzerung bekommen. Bei den Aufbauten sind wir über 13 mm. Hier beim Deck haben wir 30 mm. Das heißt also, dass dieser Yodo genauso verwundbar ist, wie er zum Beispiel eine Sao verwundbar sein wird. Denn wir haben hier keinen Eisbrecherpanzer. 25 mm werden ab 356 mm AP-Kaliber eben overmatched. Das ist auf T-10 nachher Usus. Das hat jedes Schlagschiff mindestens dabei. Und damit sind wir gegen Schlagschiffbeschuss schon mal extrem empfindlich. Bei den 30 mm hier auf dem Deck haben wir Abprallwinkel bis einschließlich 428 mm Kaliber. Alles, was da drüber kommt, also Republik, Sandara und so weiter. Also 457 sind ja dann auch schon jetzt sehr, sehr zahlreich vorhanden. Ignorieren auch diese Panzerung und werden euch da halt auch entsprechend penetrieren. Genauso dann halt bei den Aufbauten. Da sind es ja sogar nur 13 mm. HE-mäßig sind wir auch entsprechend empfindlich. Viele, vor allen Dingen auch die schweren Kreuzer, penetrieren ja dann auch 30 mm. Und besser kann ich wahr, die schweren Kreuzer nicht, sondern die leichten Kreuzer ab Stufe 8 machen 30 mm. Die schweren Kreuzer machen 34 mm in World of Warships ohne Stichkeitszünder für Sprenggranaten. Einmal hier vorne reingeguckt, Zitadelle, schön schmalt, relativ tief liegend, aber erreichbar. Muss man auch sagen, hier 130, 170, einer Seite 25 und dann haben wir hier nochmal eine Barbettenpanzerung von 32 mm. Ihr könnt mir gut vorstellen, dass dieser Turm relativ regelmäßig ausfallen könnte, wenn man dann da vernünftig trifft. Dann hier 25 mm ringsherum. Auch beim Torpedoschutz haben wir was dabei. Ich glaube, wir haben hier 19%. Da kann ich gerade mal raufgucken. Ja, 19% ist kein schlechter Wert übrigens. Das ist so, ja, würde sogar als vorderes Mittelfeld, würde ich das sogar so eintarifieren. So rein vom Bauch heraus. Es gibt viele Kreuzer, die haben entweder gar keinen Torpedoschutz oder nur einen sehr geringen. Es gibt auch den einen oder anderen, der da ein bisschen besser dasteht. Also die Goulai ist jetzt hier mit den 28%. Die ist da sicherlich ganz, ganz weit vorne mit dabei. Weil 19% sehe ich jetzt auch bei der Sao zum Beispiel. 19% gibt es auch bei der Wooster, Moskva und so weiter. Also es ist jetzt nicht ganz unüblich, aber es gibt dann halt auch, was haben wir hier noch, wenn ich mir dazu angucke, die Colbert mit 0, die Kitakami wird jetzt hier auch mit gerade noch aufgeführt in der Liste. Aber gut, ihr seht es, es ist ganz okay, Mittelklasse halt. So, dann haben wir hier 25 mm, 170 Zitadelle und 130 nochmal Zitadelle. Jetzt ziehen wir das Schiff hier noch ein bisschen weiter aus, Torpedoschutz weg und dann sehen wir dahinter eine ganz lange Zitadelle, die über der Wasserlinie auch erreichbar ist. Hier, der Teil ist über Wasser. Wenn man hier unter der Brücke trifft, dann ist da sogar nochmal ein Zacken drin, der nochmal die Zitadelle noch ein bisschen nach oben bringt. Das sind nur 110 mm Panzerung, die da sind. Das heißt, es ist dick genug, um selbst Shikishima-Granaten scharf werden zu lassen. Wir hatten ja gesagt, das Schiff ist 21,8 Meter breit. Da werden dann die Granaten auch zünden. Also das ist nicht sonderlich schmal, dass die auf der anderen Seite schon wieder rausfliegen, bevor der Zündverzögerer dann eben ausgelöst hat. Zitadellen-Shot hier mit 63 mm angegeben. Dann nehmen wir mal die Aufbaut noch weg, die Kase-Matte noch raus. Und dann sehen wir hier, Zitadellen-Deck 65, 35. Hier ist noch eine kleine Kante drin mit 110. Kann also auch noch zu einer Zitadelle führen. Wenn man selbst hier drüber durchkommt, den Bereich hier quasi overmatched mit den 25 mm, dann kann es durchaus passieren, dass man hier drin auch noch landet mit den 110ern. Also von daher eine sehr, sehr präsente Zitadelle. Für mich muss dieses Schiff durch Verborgenheit und Manövrierbarkeit kommen, um Beschuss eben vermeiden zu können. Da bin ich gespannt, ob das die Yodo mitbringt. Und auch da haben seitdem die Yodo hier auf jeden Fall schon mal 55.300 Trefferpunkte. Und das ist eine ganze Menge für einen leichten Kreuzer. Wir bewegen uns da im Bereich von der Petro Pavlosk und der Henry IV., die ja ähnlich viele Trefferpunkte haben. Und wir haben deutlich mehr als die Sau als Trefferpunkt hier zur Verfügung. Das ist also, ja, eine richtig große Stärke bei der Überlebensfähigkeit. Torpedo-Schansverbindungswert, hatte ich eben schon gesagt, ist so im Mittelfeldbereich. Bei der Artillerie, ja, 14 Sekunden Ladezeit stehen da zu Buche. Das ist natürlich extrem lang für leichte Kreuzer. Liegt natürlich daran, dass wir so viel Granaten rausballern können. Und dafür haben wir sehr wendige Türme. Das heißt, Hauptbatterie-Modifikation 3-Modul könnte hier eine Rolle spielen. Man dreht die Türme etwas langsamer und hat dafür eine viel bessere Nachleidzeit. Schießt dann aber trotz alledem nur 18 Kilometer. Mit dem anderen Modul für die Reichweite, da können wir dann eben über 20 Kilometer Reichweite erreichen. Bei der Streuung stehen hier 157 mal 94 Meter Streuungsellipse bei einem Sigma-Wert von 2,05. Es gibt bei Kreuzern, ja, sehr ähnliche Streuungsellipsen. Also 157 Meter mal um die 90, 95 Meter findet man immer wieder. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall mal keine schlechte Streuungsellipse, weil wir hier 18 Granaten in die Ellipse schießen und dazu eben einen relativ hohen Sigma-Wert von 2,05 haben. Die Mündungsgeschwindigkeit von 930 Metern, die die AP, respektive die HE-Granate an Geschwindigkeit eben mitbringt, sorgt dafür, dass wir ungefähr 14,2 Sekunden Flugzeit haben auf 18 Kilometer. Also auch da, man muss auf jeden Fall ein bisschen besser vorhalten. Das ist schon mal ganz klar. HE-Höchstschaden, 2,500, ordentlich. Brandwahrscheinlichkeit eher schlechter, muss man sagen. Wooster, Nevsky ist stärker in dem Bereich, aber 10 Prozent, damit kann man arbeiten. Signalflaggen drauf, Kapitän gegebenenfalls auf diese Richtung geskillt. Dann haben wir 13 Prozent bei, wie gesagt, ich kann es nochmal sagen, 18 Granaten, die wir hier idealerweise rauswerfen können. Pansons Durchschlagskraft, ja, ist ab T8 ja üblich. Ein Fünftel, 30 Millimeter haben wir dann hier am Start. Und bei der AP, ja, AP 2850 ist jetzt, ja, vorderes Mittelfeld, könnte man sagen, vom Alpha-Damage her. Standardabtreibwinkel sind es hier aller Wahrscheinlichkeit nach. Wir brauchen 25 Millimeter an Penn und dann löst der Zündverzöger von 0,025 Sekunden aus. Wie gesagt, immer Work in Progress, das kann sich alles noch ein bisschen ändern. Ich gebe es euch jetzt erstmal nur auf den Weg, damit ihr die Grundidee, die Wargaming hinter diesem Schiff hat, so ein bisschen eben mitnehmen könnt bei der ganzen Geschichte. Ja, Sekundärbewaffnung wird hier eine untergeordnete Rolle spielen. Gehe ich jetzt erstmal nicht weiter darauf ein, zeige es euch nur mal ganz kurz hier. Bei den Torpedos, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, vier Vierfachwerfer, 610 Millimeter mit einer Reichweite von 15 Kilometern. Diese Reichweite ist natürlich schon mal nicht schlecht. Da ist, denke ich, so eine Yoshino, die hat dann ja sogar 20 Kilometer nachher. Aber viel wichtiger ist ja eigentlich noch, wie lange sind diese Torpedos denn sichtbar? Wir haben hier nämlich nur 57 Knoten und dadurch, dass sie aber, ich möchte hier gerade nochmal einblenden, 1,7 Kilometer Wassererkennbarkeit haben, haben wir halt eine Reaktionszeit von 11,1 Sekunden beim Gegner. Das heißt, der spottet die Torpedos, wenn er jetzt keinen Hydro benutzt, sondern er sie selber entdeckt, hat er 11,1 Sekunden Zeit, um auf diese Torpedos zu reagieren. Wassereinbruchswahrscheinlichkeit, Formelwert 406 Prozent und der Alpha-Damage ist alle Bonheur mit über 23.000 Schaden. Wenn du was triffst, dann knallt es aber auch gleich richtig und ja, es kommt häufig auch zu einem Wassereinbruch. Das ist bei Japanern ja allgemein so, die japanischen Torpedos, Shimakase oder wie auch immer, die haben eine sehr hohe Wassereinbruchswahrscheinlichkeit. So, dann geht es weiter mit einem Luftschlag. Was haben wir hier? Eine Wasserbombe, Wasserbomben-Luftschlag-Angriffsgruppe, 3 Sekunden Ladezeit, 2 Fluggruppen, jede Fluggruppe hat ein Flugzeug, 2.000 Schwerpunkte hat das Flugzeug und dann haben wir 4.900 Schaden. Das ist jetzt ja die Neuigkeit mit Update 11.9, haben sie das so ein bisschen standardisiert. Es werden zwei Bomben in so einen Quadranten reingeworfen, die machen dann 4.900 und ja, okay, müssen wir damit arbeiten. 8 Kilometer ist da die Kampfentfernung und jetzt kommen wir zur Flugabwehr. Ich hatte ja da schon so ein paar Andeutungen gemacht. Wir haben erstmal schon mal eine Feuerreichweite von 6,9 Kilometer. Das ist schon mal ein richtig starker Wert. Also wir fangen sehr, sehr früh an, auf gegenseitische Flugzeuge zu wirken. Jetzt kommt es aber darauf an, wie wirken wir. Es gibt ja ganz häufig immer diese Langstrecke, die so echt mau ist, wo man so puff, püfft irgendwie Feuerzeuge so ein bisschen in die Luft wirft, die eine Außenhülle der Flugzeuge abprallen. Hier ist es nicht ganz so. Wir haben eine Langstrecke mit 204 kontinuierlichen Schaden, mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von 90%. Damit kann man vernünftig arbeiten für eine Langstrecke. Bei der Mittelstrecke, da sind wir eher schlecht aufgestellt. Denn oft ist es dann eben so, dass bei der Mittelstrecke der Schaden so ein bisschen maximiert wird. Da sehen wir ganz oft Werte 300, 400 in dem Bereich. Da sind wir jetzt hier nur bei 224. Das ist definitiv hinteres Mittelfeld für Mittelstreckenflugabwehr bei Kreuzern. Bei der Kurzstrecke, da machen wir dann wieder einiges Wett, weil wir bei der Kurzstrecke hier 151 haben. Da sind wir wieder vorderes Mittelfeld. In Summe kann man sicherlich sagen, dass das keine schlechte Flugabwehr ist, aber jetzt auch keine mega gute Flugabwehr. Hintergrund ist aber auch im Kopf zu behalten, dass wir eben defensiv Flakfeuer mit dabei haben, der diesen ganzen Wert hier nochmal ein bisschen nach oben pushen kann. Wird aber trotz alledem aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich kein amerikanischer Kreuzer werden. Jetzt so vom Spielgefühl her, rein von den Zahlen her. Ich kann das ja auch noch gar nicht anders beurteilen. Dann haben wir hier Schaden pro Granatenexplosion. Acht Granaten dabei, dreieinhalb bis 6,9 Kilometer. Auch da ist der Schaden ganz in Ordnung und acht Granaten sind jetzt auch nicht gerade wenig. Man ist jetzt sicherlich auch nicht top zielt, um es mal so auszudrücken. Man ist jetzt auch nicht gerade schwach bewaffnet, aber auch nicht gerade aus meiner Sicht besonders gut. So, dann schauen wir mal. Manövrierbarkeit. 34 Knoten ist ein halb Knoten, langsam aus die Sau. Wendekreisradius 930 Meter, ist 50 Meter höher ungefähr, wenn ich das recht im Kopf habe, als bei der Sau. Und die Ruderstellzeit ist richtig schlecht. Die Sau hat sieben Sekunden, irgendwas mit sieben Sekunden. Wir haben hier 12,1 Sekunden. Wow. Also für einen leichten Kreuzer, der dann träger ist als ein schwerer Kreuzer. Interessante Interpretation. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Was wir daraus machen, werden wir, muss dann jeder für sich sehen. Außerdem müssen wir dann auch mal gucken, wie die Jodo sich hier verändern wird. Auch bei der Erkennbarkeit zu Wasser sind wir ein bisschen schlechter aufgestellt hier. 200 Meter im Vergleich zur Sau. Ein Kilometer hier bei der Erkennbarkeit zu Luft im Vergleich zur Sau. Da gehen wir halt weiter auf. Aber ich glaube, die Flugabwehr ist bei der Sau auch nicht bis 6,9, wenn ich mich recht entsinne. Mal gucken, was der Dampfer hier noch mit sich bringt. Wo ist durch die Verbrauchsmaterialien durchgegangen? Schadensbegrenzungsteam, nichts Besonderes zu erwähnen. Weiter geht es mit dem defensiven Flaggfeuer. Drei Aufladungen, 50%, 300%. Das sind die üblichen Werte im Austausch mit der Hydra-Kurschüsse-Suche. Boah, ich würde fast meinen, dass man hier wahrscheinlich sogar das defensive Flaggfeuer drinnen lassen kann, weil man mit diesem Kreuzer sehr wahrscheinlich auf großer Distanz arbeiten wird, um eben dem gegnerischen Beschuss so ein bisschen zu entgehen. Dazu kommt der Jäger, der dann helfen soll, bei der Flugabwehr die Flieger runterzuschießen. Und wir haben eine Reparaturmannschaft, aber die sieht mir auch standardmäßig aus. 0,5% der Gesamtrefferpunkte, die hier pro Sekunde wiederhergestellt werden. Alles jeweils mit drei Aufladungen. Hier ist kein Inspekteur irgendwie e-Skilled. Nur noch kurz zu dem Bild, wie ich den Dampfer testen werde. Ihr seht es jetzt hier schon eingeblendet. Was hier fehlt, ist die Tarnsystemmodifikation. Da gehe ich hier auf Steuergetriebe und Antriebsmodifikation, um den Kreuzer ein bisschen flexibler zu bekommen. Ich werde hier mal nicht mit Zielsystemmodifikationen arbeiten, sondern erst mal mit einem Torpedowerfer, um den ein bisschen schneller hinzubekommen. Und dann die Reaktionsgeschwindigkeit der Gegner so ein bisschen zu reduzieren. Ich finde die Streuungselipse und der hohe Sigma-Wert, der spricht dann schon seine eigene Sprache. Den muss ich jetzt nicht noch unbedingt weiter verbessern. Da gehe ich mir jetzt erst mal initial. Ist ein bisschen ein Testbild. Logisch, ist ein Testschiff. Kann durchaus sein, dass ich das nachher wieder ändere. Dann die üblichen Signale. Flugabwehr verbessert, Antidetoflagge drauf, Brandwahrscheinlichkeit, Torpedo, Wassereinbruchwahrscheinlichkeit und so weiter. Da ist in dem Sinne nichts Neues dabei. Und dann habe ich hier mein Bild. Vielleicht hier nochmal zu erwähnen, dass ich hier schwere Sprenggranaten mit benutzen werde. Auch wenn ich dafür einen Malus habe, dass ich eben weiter erkennbar werde mit dem Schiff. Aber ich kann jetzt ja dann auch 20,9 Kilometer weit wirken mit dem 6er-Modul. Dazu gibt es noch den Trigger-Sender für Sprenggranaten oben dazu, damit ich auf jeden Fall die 32 Millimeter immer penetrieren kann. Ich weiß, ich habe dafür einiges geringere an Brandwahrscheinlichkeit. Aber auch das lässt sich denken durch die Masse der Granaten dann kompensieren. Wir werden sehen, wie sich das dann für mich anfühlt. Ich werde einfach weiter munter drumherum wechseln und ein paar Sachen ausprobieren. Ja, und dann haben wir hier Beschussalarm. Oben natürlich mit letzter Anstrengung Adrenalinrausch drin. That's it. Ist in dem Sinne halt was Besonderes oder in dem Sinne vielleicht jetzt kein Bild, den man standardmäßig immer einfach so nehmen kann. Schon ein bisschen angepasster, ein bisschen spezieller. Aber lasst mich experimentieren. Und alles Weitere sehen wir dann, wenn der Chip dann irgendwann mal Final ist oder so. Ansonsten kann man sagen, ist kein Chip, was jetzt irgendwie komplett eine Neuerfindung ist oder was jetzt eine ganz spezielle neue Mechanik bekommt. Irgendwie eine Airstrike-Mechanik oder Torpedo-Mechanik, die in letzter Zeit ja auch ein bisschen verändert wurde mit diesem unter Wasser startenden Torpedos und so weiter. Also in der Beziehung hat sich da jetzt nicht sonderlich viel getan. Am Ende ein Spielstidema von Japanern so auch erwarten konnte irgendwie. Finde ich. Nach hinten viele Geschütztürme, nach vorne viele Geschütztürme. HE-Spam bis zum Umfallen. Würde jetzt sagen, das überrascht mich jetzt in dem Sinne nicht. Vielleicht ist es ja bei euch anders. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob euch an diesen Japanern irgendwas überrascht. Vielleicht reizt euch irgendwas Bestimmtes oder vielleicht reizt euch auch gar nicht, diese Japaner zu spielen. Gerne eure konstruktiven Kommentare oberhalb der Güterlinie, unterhalb meines Videos. Wenn das Video euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben lassen, YouTube-Kanal kostenlos abonnieren, Glocke drücken und dann auch alle Benachrichtigungen auswählen, damit ihr keine Videos mehr hier von uns verpasst. In dem Sinne, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Secret-Team, euer Andi. Ciao, ciao.